Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Patienwissens-Magazin, nicht Show. Show heißt, ich beziehe Publikum ein, jetzt ausatmen, Gott sei Dank, ich beziehe kein Publikum ein. Auch nicht die am Gang sitzen? Auch nicht die am Gang sitzen, nicht die aus der Mitte und auch nicht die von den Seiten. Schade. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Patienwissens-Magazin, das viel Wissen bringt, ohne dass Sie viel dabei lernen können. Heute das Thema ist ganz überraschenderweise Zucker. Was? Ja, und der Ursprung des Zuckers liegt genau hier, hier. Und zwar genau 12.700 Kilometer hier unten durch und dann nochmal 10.000 Kilometer im Moment, das muss ich nachlesen. In nordwestlicher Richtung. Auf der Insel, die Gruppe der Milanesen. Zu denen auch die Insel Fidschi gehört. Ja. Das ist doch schon mal was sehr, sehr Schönes, das haben Sie heute bestimmt zum ersten Mal gehört. Nicht wahr, oder? So. Und wie ist der Zucker jetzt hierher gekommen? Ne, das ist ja doch ein ganz schönes Stückchen da unten, das ist sogar ein Stückchen weiter weg als Australien. Das ist schon nicht um die Ecke. Und zwar hat das alles schon vor 10.000 Jahren begonnen. Vor 10.000 Jahren kam das Zuckerrohr nach Neuguinea. Ja, und von Neuguinea kam es dann vor 8.000 Jahren nach Indien und Persien. Wir müssen uns das jetzt mal vorstellen, das ist jetzt doch schon ganz weit gereist, ja. 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 Und wir haben es nun tatsächlich auch dann auch noch einmal, wie vielen Jahren, Moment, das habe ich vorher nicht ausgerechnet, dann sage ich, siehst du ja stehen, vor 2600 Jahren hat man in Persien dann den ersten Zuckerhut hergestellt. Hergestellt, Entschuldigung. Man darf von Glück reden, dass der Kaffee erst vor 500 Jahren hier auf diesem Konflikt, behauptet unsere Erdmasse hier hinten kam, denn sonst hätten wir Zucker noch nichts anfangen können. Hätte man Honig rein tun müssen. Da stelle man sich vor, Honig im Kaffee, macht das irgendjemand? Und Tatsache, ich bin kein Kaffeetränker, das weiß ich so etwas nicht. Ich hielt das für sehr ekelig. Das ist auch ekelig. Ja. So. Die Perser hatten dann Erfolg im Krieg, ne? Die sind ja nach Griechenland und die Griechen, die fanden das nicht ganz so toll, aber für die Zuckerentwicklung hier in Europa war das schon nicht schlecht. Darüber kam der Zuckerlein nämlich, nach Rom. Ja, und von Rom aus, ja, da ist er erst mal wieder aus Europa verschwunden. Und ich bin auch erst mal verschwunden geblieben. Aber die Kreuzfahrer, die Erfolgreichen, das heißt die von so den früheren Krauts, ne, ne? Das ist so später, die haben nicht mehr viel Zeit, irgendwas mitzubringen. Aber die von den ersten Kreuzungen, die haben doch, dann hat der Zucker wieder nach Europa gebracht. Ja, du machst da die Technik kaputt. Jedenfalls kam der Zucker hierher, zu dieser Zeit. Das war aber immer noch relativ selten. Das heißt, ne, Alltagsbrauch war noch nicht. Aber wir haben den Zucker, wir sind hier jetzt immer schon, immerhin schon im Jahre 1100 nach Christus. Ja, und der Zucker ist immer noch nicht hier angekommen. Aber im Jahre 1503, da hat der Zucker etwas Wegweisendes geschaffen. Nämlich in Amerika wurden die ersten Sklaven auf Zuckerrohrplantagen eingesetzt. Und darüber, ich finde das überhaupt nicht toll, dass ihr darüber lacht, denn das ist schon ein ernstes Thema. Also Sklavenhandel, das hat schon die Welt noch einige Jahre bewegt. Also, ich möchte schon, dass die sich jetzt hier erwöhnen und sich schämen. Weißt du eigentlich, dass das hier nicht besser wird? Pass auf, ich, 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 der Störg hat Musik von und ich mach gleich noch ne Prübelnummer mit dir und holt. Schlag ich auf! Oh, Günther! Ja, meine Damen und Herren, und schließlich und endlich, hat es dann im Jahre 1747, ja 47, mein Gott bin ich gut, 47, hat es ein Chemiker tatsächlich geschafft, aus einem europäischen Rohstoff Zucker zu gewinnen. Aus der Zuckerbübel, der hat sich vorher noch ein bisschen verändert, ne, nicht gentechnisch, das ging damals noch nicht. Aber, 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 Moment, ich habe den Faden verloren. Aber er hat immer wieder umgezüchtet durch den Zuckergehalt stiegen. Das blieb unpopulär, aber dank der Polian Bonaparte, der ja bekanntlich ein sehr großer Gönner, der Zuckerbübel war. Nein, Moment. Ah, nein, genau, er war ein großer Weltwehr, richtig, genau. So, und der hat ja gegen Großbritannien gekämpft, ne, das war so ähnlich wie wenn Tina Fusenberg auf mich tritt, ja. Bleibt hinten. So, und da, da wurde dann, die britischen Seesäge, die wurden behindert. Und da kam das Zuckerrohr nicht mehr nach hier. Nach, von Napoleon und seiner Armee wurde das behindert. Das ist ja wohl klar. So, und da hat Napoleon endlich Zuckerrohrfabriken, Zuckerrohrfabriken, ja nicht Fabriken, aber Zuckerrüben, Zucker gewinnen lassen, damit die Menschen hier noch Zucker hatten. So, und dann, naja, blieb er eben auch hier. Heute noch ist unser Meißzucker, den wir haben, aus Zuckerrüben gemacht. Und da muss man auch mal sagen, Zucker hat ja kein Verpfalz da. Das ist auch der Grund, dass Zucker gesammelt werden kann, so wie Briefmarken. Und da gibt es tatsächlich eine Frau, die steht auf dem Guinness Buch der Rekorde, nämlich Marianne Dunjan. Die hat tatsächlich über 300.000 Zuckerstücke gesammelt. Und diese Annahmung vergrößert sich immer weiter. Das haben wir im Kulturschock übrigens auch. Der Herr Stöhr ist der Kulturschock-Rekordhalter, was Zucker angeht. Allerdings kann man den nicht mehr zählen. Zucker macht nachgewiesenermaßen übrigens genauso süchtig wie Morphium oder Heroin. Auch in diesem Beispiel wollen wir Herrn Stöhrk anführen. Wieso Herr Stöhrk? Amelie Mails kurz in drei Pfund Zucker in eine Tasse Kaffee. Ja, bei der sieht man sich nicht so stark. Noch nicht. Ich wollte euch auch nur betonen, dass Sie tatsächlich etwas unförmiger sind als Amelie Mails vorhin. Ach, wieso viel? Ich komme jetzt auch zum Ende. Ich bin ja gleich erlöst. Applaus, meine Damen und Herren. Wenn der Jauch Sie irgendwann mal was über Zucker sagt, dann werden Sie alle mir dankbar sein. So, und zwar wurde Zucker auch im Weltall gefunden. Man geht tatsächlich davon aus, dass Zucker bereits auf der Erde schon vorhanden ist. Zucker eben ist es tanzen zumindest. Und die schon auf der Erde vorhanden waren. So, und diese Zucker vorhandenen Substanzen, die schon vorhanden waren, sind Bestandteil des Lebens. Das heißt auch, es hat das Leben aufgebaut. Das heißt, wir alle sind Zucker. Ja, wissen Sie. Ja, schlussendlich ist zu sagen, auch das Weltall hat etwas für Zucker übrig. Verbanden Sie den Zucker nicht aus Ihrem Speiseplanung abzunehmen. Nehmen Sie zu, wie wir im Kulturschiff das auch alle so schön machen. Vielen Dank. Der Racka-Junge-Schwar des Kulturschamps, Lili Putz.